Moin Moin und herzlich willkommen zum Vorzututorial Mittwoch. Mein Name ist Frank Fischer und heute erzähle ich dir, warum ich meine exportierten JPEGs und TIFFs, die ich in Lightroom als Datei fertig exportiere, in einen Unterordner des Originalordners schiebe. Bleib dran, ich wette, das ist auch ein Tipp, den du gebrauchen kannst. Ich freue mich total, dass du wieder eingeschaltet hast. Mein Name ist Frank Fischer, ich bin Fototrainer und Inhaber der FF-Fotoschule. Ihr wisst es bestimmt, wir machen unter anderem auch Lightroom-Seminare, sowohl hier in Norddeutschland als auch im Süden der Republik. Schau doch auf unserer Webseite www.ff-fotoschule.de vorbei und informiere dich danach. Da kannst du mit Sicherheit noch deutlich viel mehr lernen als hier bei YouTube, und zwar kanalübergreifend, weil du wirst deine individuellen Fragen los. Das sind in der Regel Afterwork-Veranstaltungen am Freitagabend, 20 Uhr, 4 Stunden lang Einführung in Lightroom. Aber neben der Einführung, wo du im Prinzip gezeigt bekommst, wie baust du dir eine saubere Bibliothek auf, also wie legst du deinen Katalog an und füllst vernünftig die Bibliothek mit deinen Fotos, und was kann das Entwicklmodul, wirst du eben deine individuellen Fragen auch beim Fototrainer los, der ausgewiesener Lightroom-Experte ist. Insofern, ich empfehle dir dringend, das zu besuchen. Heute zeige ich dir einen Workflow, den ich selber benutze, und ich erkläre dir auch, warum ich das so mache. Und zwar speichere ich meine exportierten Files, also das, was ich in Lightroom als Datei ausgebe, nicht was ich über Bearbeiten in Photoshop bearbeite oder irgend so etwas, sondern das, was ich final exportiere, also zum Beispiel, um es zu vermailen, oder um es später als JPEG irgendwo nochmal zu sichern, oder was ich benutze, um es irgendwo online zu posten oder ähnliches. All das, was ich exportiere, in meinem Fall in aller Regel JPEGs, das speichere ich in einem Unterordner unterhalb des Original-Ordners, und dieser Unterordner heißt bearbeitet. Und warum ich das mache, wie ich das mache, und wie auch du davon profitieren kannst, das sehen wir uns gemeinsam an, wenn ich jetzt hier rüberschalte auf meinen Lightroom-Katalog und wir gemeinsam auf meinem Bildschirm mal gucken, wie sieht es da von der Struktur bei mir aus. Ja, schon sind wir hier in meinem Lightroom-Katalog gelandet. Und wie du hier sehen kannst, habe ich eine von Lightroom im Standard angelegte Ordnerstruktur. Und das heißt, hier auf der internen SSD liegen einzelne Bilder. Du siehst es auch hier 2014, 2016 ganz wenig. 2017 so ein paar aktuelle Arbeitsdateien. Das heißt, hier liegen im Moment noch Bilder aus den letzten zwei Monaten etwa, die dann auf Sicht archiviert werden. Wenn ihr wissen wollt, wie ich archiviere und wie ich entscheide, welche Bilder überhaupt behalten werden und welche nicht, kann ich gerne mal ein Video zu machen. Schreibt es mir gerne in die Kommentare. So, und jetzt seht ihr hier, das sind noch Island-Fotos, die hier jetzt im Moment einen Großteil des Bildmaterials auf der In-Templatte ausmachen, von den Bildern, die im Lightroom-Katalog untergebracht sind. Und jetzt geht es ja darum, warum lege ich die Bilder in einen Unterordner, der da heißt bearbeitet. Als erstes mal könnt ihr nochmal gucken, ich habe ein Video hier auf dem Kanal zum Thema Exportieren von Bildern in Lightroom. Da erkläre ich mal ganz kurz meinen Exportvorgang. Da könnt ihr gerne nochmal reingucken. Ich zeige aber auch hier mal einmal schnell nochmal, wie dieser Ordner überhaupt entsteht. Wir tun jetzt so, als würden wir ein Bild exportieren. Und dann seht ihr hier oben, habe ich ausgewählt, dass die Bilder im gleichen Ordner wie das Originalfoto landen, und zwar in einem Unterordner, der heißt bearbeitet. Also das ist die Voraussetzung dafür, dass das, was ich euch jetzt erkläre, funktioniert. Der muss nicht bearbeitet heißen, der kann bei euch sonst wie heißen, aber in jedem Fall einen Unterordner im Originalfoto-Ordner anlegen. So mache ich das, aus den Gründen, die wir uns jetzt nochmal angucken. Denn jetzt habe ich die Bilder archiviert, oder eben auch noch auf der internen Platte liegen. Und ich weiß genau, oder vielleicht auch nicht mehr, ich habe Bilder darin in diesem Ordner bereits bearbeitet und ausgegeben mit den aktuellen Entwicklungseinstellungen. Jetzt kann man natürlich sagen, okay, was kümmert mich das? Ich gebe es einfach ein weiteres Mal aus. Natürlich könnt ihr das machen, und dann habt ihr aber natürlich sehr viele Dubletten auf Laufwerken liegen, weil ihr immer wieder dieselbe Datei exportiert. Das möchte ich sehr gern vermeiden. Ich möchte möglichst wenig Dubletten haben. Und ich sehe ja auch in Lightroom hier unten über dieses markierte Plus Minus, was so ähnlich aussieht wie die Belichtungskorrektur bei vielen Kameras, dass das Bild bearbeitet wurde. Und aus der Tatsache, dass es bearbeitet wurde, kann ich meistens rückschließen, dass ich es dann auch irgendwann exportiert habe. Aber selbst wenn ich mir da nicht ganz sicher bin, dann sage ich einfach mal, ich möchte dieses Bild im Finder angezeigt bekommen oder bei euch beim Windows-PC im Explorer angezeigt bekommen. Da klicke ich drauf. Nun öffnet sich der Ordner. Und zwar ist es der Ordner hier 2017-05-19. Ihr seht es auch hier oben in der Finder-Statusleiste, dass dies der Ordner ist. Und in diesem Ordner, weiß ich eben jetzt, gibt es einen Unterordner, der heißt bearbeitet. Und in diesem Unterordner befindet sich sicherlich auch das Foto, so was wir eben gesehen haben. Aber in jedem Fall, das ist dieses hier, aber in jedem Fall alle aus diesem Lightroom-Ordner bearbeiteten und ausgegebenen finalen JPEGs sind dort drin. Und so kann ich eben Bilder sehr schnell immer wieder finden. Weil mein Bild im Lightroom-Katalog finde ich auf alle Fälle, weil das ist getaggt, das ist beim Archivieren nachher sehr gut verschlagwortet und allem ist drum und dran. Und dann brauche ich nur den Ordner in Lightroom öffnen, also sagen im Finder beziehungsweise im Explorer anzeigen und schon komme ich an meine JPEGs. Und ihr seht das hier, hier sind einige drin und brauche das nicht neu exportieren. Und das finde ich unfassbar praktisch und das funktioniert eben auch hier in Ordnerstrukturen, wo wir hier gucken, was haben wir denn hier in Ordnerstrukturen, die schon verschoben sind. Hier sind wir auf einem anderen Laufwerk, auf einem externen Laufwerk. Und wenn ich hier sage im Feinde anzeigen, dann öffnet sich der Ordner und hier seht ihr, hier gibt es einen Ordner fertige Dateien und bearbeitet. Das hängt damit zusammen, dass ich früher immer die Ordner als fertige Dateien benannt habe und dann irgendwann gesagt habe, nee, ich benenne den Ordner um ihn bearbeitet. Deswegen sind hier zwei drin, weil die zu unterschiedlichen Zeitpunkten im Prinzip exportiert und damit diese Ordner angelegt wurden, vollautomatisch von Lightroom. Aber so finde ich eben schnell meine Bilder. Wenn ich jetzt weiß, Achtung, da in Shanghai als wir abends am Kreisverkehr waren, da habe ich doch bestimmt ein Foto gemacht und das gibt es als JPEG schon irgendwo, das brauche ich jetzt noch mal, um es jemandem per Mail zu schicken oder irgendwo hinzulegen, dann kann ich das so eben sehr schnell wiederfinden und zwar vollkommen ohne, um das gleich dazu zu sagen, dass diese Bilder in dem Lightroom-Katalog hinzugefügt wurden. Weil das, das wissen viele von euch, das mag ich gar nicht. Ich mag es nicht, wenn meine JPEGs, die exportierten, im Lightroom-Katalog landen, sondern ich mag es, wenn die physikalisch auf der Platte liegen, aber eben nicht in Lightroom eingebunden sind und so finde ich meine exportierten JPEG-Dateien wieder. Ich glaube, das ist ein Tipp, den viele von euch gebrauchen können, einfach um nicht zusätzlichen Datenmüll und Dubletten auf den Festplatten anzusammeln. Ich hoffe sehr, das hat dir geholfen. Ich bin aber allerdings auch davon überzeugt, dass es dir geholfen haben sollte, weil du merkst, ohne dass die JPEGs in demselben Katalog sind wie meine RAWs, finde ich sie trotzdem total easy und schnell wieder. Und das ist der Hintergrund, weshalb ich einen Unterordner anlege, der bearbeitet heißt, unter dem Originalordner, wo die RAW-Dateien liegen und dort alle exportierten Files hinschiebe in Lightroom, damit ich sie eben schnell wiederfinde, denn genau dafür benutze ich Lightroom. Bilder wiederfinden. Und ich hoffe, das hat auch dir die Augen geöffnet und vielleicht auch gefallen. Wenn dem so ist, gib einen Daumen nach oben, abonnier den Kanal, teile das Video mit deinen Freunden und vor allem, besuch doch gerne einen unserer Lightroom-Workshops, sodass auch du davon profitieren kannst. Jetzt wünsche ich dir eine schöne Restwoche und dann immer schön dran denken, wir zwei, wir sehen uns spätestens am Samstag um 14.30 Uhr hier auf dem Kanal zum Bildbesprechung Samstag wieder. zum Bildbesprechung Samstag